Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und weiter geht's mit unserer kleinen A-Z-Offizierserie. Heute mit einem weiteren seltenen Offizier und einem weiteren Augment, nämlich Rima. Auch da gehen wir mal kurz durch die Basics. Er ist klasse Kommando, das bedeutet du brauchst Kommandoabzeichnungen abzugraden. Er gehört zu Karns Besatzung, das heißt wenn er Käpt'n ist, kann er von anderen aus der Besatzung Synergien bekommen oder einem Käpt'n aus der Gruppe Synergie geben, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion der Augments, das bedeutet du brauchst unabhängigen Credits, um ihn abzugraden. Und wenn du etwas über Rima wissen möchtest, wie bei jedem Offizier, gibt es hier einen Infotext in der Infobox. Also kann man sich das einmal durchlesen, wenn man dann doch etwas mehr Details haben möchte. Wie du hören konntest, hat er ein Kapitänsmanöver und eine Offiziersfähigkeit. Das Kapitänsmanöver ist, dafür wirst du bezahlen. Und das bedeutet, wenn das Schiff zu Beginn einer Runde einen Hüllenbruch hat, vergrößert Rima den Schaden dieses Schiffs um 40% für diese Runde. Also es geht darum, dass dein eigenes Schiff einen Hüllenbruch hat. Das kann man tatsächlich selbst verursachen mit meinem eigenen Offizier. Und der Gegner tut es aber auch ganz gerne. Aber das ist halt eine Voraussetzung, die man braucht. Man muss also schon wissen, dass man höchstwahrscheinlich einige Hüllenbrüche haben wird, um diese Fähigkeit zu nutzen. Das heißt, das funktioniert dann wirklich nur in sehr, sehr bestimmten Kombinationen. Rima ist jetzt kein Offizier, den ich regelmäßig für irgendwas einsetzen würde. Außer wenn ich wirklich weiß, ich fange mir einen Hüllenbruch ein. Und das mehrfach. Und die Offiziersfähigkeit ist Systeme auf kritischem Niveau. Ist auch wieder, wenn das Schiff zu Beginn einer Runde einen Hüllenbruch hat, fügt Rima den kritischen Trefferchance um 15% hinzu. Also er steigert seine kritische Trefferchance um 15%. Also es funktioniert dann wirklich nur am besten in Kombination mit dem Offizier, der das auch macht. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ich möchte vorher einmal kurz über die Außenteam-Eigenschaften reden, nämlich Augment und Charismatisch, die man freischalten kann. Da muss ich mal ein bisschen mehr upgraden. Aber das ist auch, wie ich heute Rima benutze und auch schon sehr lange benutze. Also Rima ist ein Offizier, den ich normalerweise eher nur für Außenteams benutze, um es zuzugeben. Aber wenn wir einmal zu einem anderen Orgon und Offizier gehen, wenn ich es dir jetzt noch richtig im Kopf habe, ist das nämlich Pan. Und in Kombination mit Pan, wenn du den mit Rima auf die Brücke packst, kannst du natürlich dafür sorgen, dass Rima funktioniert. Auch vor allem als Captain funktioniert, wenn du Pan zu ihm auf die Brücke packst. Denn zu Beginn jeder Runde hat Pan eine Chance, von 55% seinem eigenen Schiff für drei Runden einen Hüllenbruch zuzufügen. Da hat ja jeder wahrscheinlich beim Pan-Video gedacht, was soll der Mist? Aber er ist tatsächlich die Hilfe, damit Rima einiges auslöst. Trotzdem ist das jetzt nicht mein Favorite. Ich möchte nicht unbedingt meinem eigenen Schiff Schaden zufügen, um einen Offizier zu triggern. Deswegen habe ich das eigentlich nie wirklich benutzt. Aber manche mögen ja sagen, dass das eine sehr hilfreiche Geschichte ist mit Rima und seinen Fähigkeiten, gerade auch wegen des kritischen Trefferschadens oder der kritischen Trefferwahrscheinlichkeit. Und dass man das wirklich nutzen sollte, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt ein Fan davon sind, seinem Schiff wirklich Schaden zuzufügen, weil da geht man auch schneller drauf. Also ich bin mir da bei den Leuten viel Schaden anrichten, aber auch die Durchhaltefähigkeit des eigenen Schiffs zu steigern. Deswegen bin ich jetzt kein Fan dieser Kombination. Aber natürlich zeige ich euch das, weil andere mögen ja eine ganz andere Ansicht haben und diese Kombination benutzen wollen. Das heißt, Rima als Captain und Pan mit auf der Brücke funktioniert natürlich für den Schaden, den du verursachst, ganz gut. Gut, deswegen ist das eine Option, die da ist. Und man hat diese Offiziere ja jetzt nicht so spät im Spiel. Denn zum einen ist auch Rima mit in, was ich immer nenne, die überfüllte Rekrutierung dabei, nämlich bei den Ultra-Rekrutierungen. Da müssen wir allerdings ein bisschen scrollen und dann mal schauen, wo wir ihn denn finden. Und das werden ja auch immer mehr ganz nebenbei, das ist ja das Problem. Du siehst, wie lange ich hier scrolle und suchen muss, um ihn zu finden. Da ist Rima, aber da ist auch Pan, den man dann braucht, um Rima ordentlich zu benutzen. Also da hast du jetzt bei der Ultra-Rekrutierung schon die Chance. Und dann natürlich auch viel einfacher, in Anführungsstrichen, über das, wo man es erwartet, nämlich die Orgment-Rekrutierung. Wenn wir einmal zu den Orgments hingehen, da verwechsel ich nur die zwei immer, da müssen wir einmal gucken, war Rima jetzt hier mit drin? Ja, in der aufgewachte Orgment-Rekrut 3, da ist Rima mit drin und da ist auch Pan mit drin. Und da hat man ihn auch relativ früh. Also ich hatte Rima auch auf diesem Server relativ früh im Spiel. Nicht so lange, nachdem ich dann bei den Orgments unterwegs war. Also die hat man relativ früh. Und dann kann es ja sein, dass das tatsächlich eine Variante ist, die man nutzen möchte. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon, aber manche sehen das sicherlich anders. Und wenn du das zum Beispiel anders siehst, schreibst bitte in die Kommentare, wie hilfreich diese Kombo für dich gewesen ist. Das ist dann für neue Spiele sicherlich sehr interessant. Das ist ja das Schöne, es gibt viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt nicht die eine wahre Weisheit in diesem Spiel. Gut, manche tun immer so, aber man darf mir auch gerne widersprechen, wenn ich berichte aus meiner Erfahrung. Und aus meinem Spielgefühl sozusagen. Und wenn andere andere Meinungen sind, schreibst bitte in die Kommentare, schreibst auf Discord. Da können neue Spieler nur draus lernen. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back. Danke. Ich sehe dich dann. Wettbewerden.